Hallo YouTube, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wollen wir heute mal über das Release 139 sprechen. Und ich möchte euch einen kleinen Überblick geben über alle wesentlichen Neuerungen. Ja, ich habe es jetzt mal als Präsentation gemacht, einfach um das überblicklich zu gestalten. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit der ersten Neuerung an. Die ist nämlich, dass es neue Premium Features gibt. Aber als erstes sollte man sich einmal die Frage stellen, was denn so entfällt. Erstens mal entfällt das kostenlose Identifizieren von allen Gegenständen. Und weiterhin entfällt noch das automatische Aufheben von Andermand, Gold und uraltem Wissen. Ja, warum entfällt das jetzt? Der Grund dafür ist, dass es einfach standardmäßig jeder dann hat. Auch ohne Premium kann man diese beiden Sachen benutzen. Dazu später aber noch mehr. Ja, was sind jetzt die Vorteile eines Premium Accounts? Man bekommt jeden Tag eine große Überraschungskiste. Da können zum Beispiel Dietrische, Tränke, Essenzen, außergewöhnliche Items oder sogar legendäre Items drin sein. Es gibt insgesamt 25% mehr Ruhmpunkte beim Abschluss eines Wettkampfes. Also wenn ihr verliert oder gewinnt, ihr bekommt auf jeden Fall überall 25% mehr. Und mit Mentor-Bonus könnte sich das dann richtig lohnen. Es gibt eine Vorauswahl von Talenteinstellungsänderungen im PvE- sowie PvP-Bereich. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Man kann hier an dieser Stelle schon mal sehen, es gibt eine erste Einstellung und eine zweite Einstellung. Und ihr könnt zum Beispiel sagen, hier bei Magia ganz typisch jetzt, meine erste Einstellung geht dann weiter mit Feuer, Skillung und meine zweite Einstellung ist Blitzskillung. Und damit kann man dann einfach sagen, oder ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal schnell gewechselt haben, den Laufspeed und den Attackspeed. Bei Laufspeed habe ich zum Beispiel 15% mehr Schutz, damit ich zum Beispiel meine Flagge eher holen kann. Oder ich gehe voll auf Offensive mit mehr Speed und einer finalen Supernova als Explosion. Da kann man dann halt schnell mal hin und her switchen und muss nicht erst alles Neues skillen. Gut, als nächste Änderung hätten wir den Premium-Händler, der heißt Emilia. Also es wäre jetzt in dem Fall eine Händlerin. Diese ist bestimmt schon bekannt, wenn man eine Buchung bekommt, das ist nämlich die nette Dame an der rechten Seite. Ja, die verkauft Pets, Reittiere, Unix und andere Sachen. Und die tut ihr Angebot öfters wechseln. Das heißt jetzt mal, nur wenn ihr Premium habt, könnt ihr ihre Angebote nutzen und kaufen. Ja, so sieht die gute Frau aus. Und ihr Angebot wäre das hier. Zum Beispiel diesen speziellen Feiergnomen, also Feuergnomen als Pad. Dann das schnelle oder hastige Renntier. Nicht Renntier, sondern Renotteros. Das hastige Renotteros ist ein schnelles Reittier. Deshalb war ich jetzt bei Renntier, aber das stimmt natürlich nicht. Es ist ein schnelles Reittier. Und vielleicht habt ihr es schon in dem Video von... Ähm... Ähm... Wie heißt er denn? Gesehen, ähm... Verdammt nochmal, wie heißt denn der? Na, ihr wisst schon, wen ich meine. Auf jeden Fall, der war auf Facebook, er hat zwei Videos gemacht und er hat das auch bekommen. Wird mir bestimmt gleich einfallen, wie der heißt. Ähm... Ja, hier seht ihr dann noch zum Beispiel drei Unix. Das ist ein Zweihandstab, das ist eine Kugel und das ist ein Buch, glaube ich, für den Magier. Ja, wer kauft sich das? Also, ganz ehrlich. Spektakuläres Feuer... Äh... Also, spektakuläres Feuerwerk. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich immer noch überlege, wie der heißt. Ähm... Irgendwas mit R. Na gut. Die Standorte, der Standort, das hat er gesagt, von ihr, ist hier oben. Ähm... Ja... Im nächsten Schritt, bin ich jetzt einst zu weit geschwungen? Ne. Okay. Dann gibt es noch geheimnisvolle Würfel. Die erhält man von Monstern, Bossen, als Loot, aber natürlich nicht allzu häufig, denn die können praktisch jeden Gegenstand des Spiels enthalten. Also praktisch gesagt. Natürlich bekommt man da drin jetzt nicht, ähm... Destruktorstab oder so. Aber es können wirklich außergewöhnliche legendäre Items oder sogar Teile von dem alten Ammon-Set drin sein. Nicht das neue, sondern das alte Ammon-Set. So sieht der Würfel aus. Und, ja... Den macht man mit dem Rechtsklick auf und dann schaut man, was drin ist. Die nächste Änderung, ihr seht es schon, die Kristalle der Wahrheit werden entfernt. Entfernung der Kristalle der Wahrheit. Gründe dafür sind einmal der Frust, wenn man zum Beispiel ein Item nicht öffnen konnte, weil Kristalle der Wahrheit gefehlt haben. Gut. Hier ein kleiner Rechtschreibefehler. Kristalle der Wahrheiten, also... Hm... Gut. Äh... Es gibt eine... Es gab... Also es gab eine Chance für jeden ein gefundenes Item gleich zu öffnen. Also wenn ich jetzt ein Item bekomme, kann ich das auch gleich öffnen und reinschauen und muss nicht erst... Oh Mann, jetzt habe ich wieder einen legendären Stab und muss erst 1535 KDW formen und das dauert wieder zwei Stunden und dann ist der Stab eh scheiße und so. Und ja, da kann man dann halt mal eine Ausweichmöglichkeit in Kraft setzen. Ja, es gibt auch schlechte Unix. Äh, klar. Unix, die man nicht unbedingt braucht, weil andere besser sind, aber die kann man nun sofort öffnen und als Steinelager verwenden. Zum Beispiel dreimal bissiger Foliant, nämlich als Steinelager. Ja, per Rechtsklick werden die Items geöffnet, wie man es vom Premium gewöhnt ist, also so kann man sich das vorstellen. Die Items bleiben anfangs verschlossen, das ist nämlich der Grund, damit die Spannung beim Öffnen nicht entfällt oder verloren geht. Ja, was bekommt ihr jetzt als Entschädigung? Wer die Videos geschaut hat, äh, von Tweck, äh, von Quack und Trakati, ich war so auf das D aus, dass ich Tweck gesagt habe statt Quack, äh, Quack und Trakati. Ähm, ja, für ein Kristall der Wahrheit bekommt ihr zwei Andermand, für 300 Kristalle der Wahrheit 600 Andermand. Für 10.000 KDW erhaltet ihr 20.000 Andermand. Das kriegt ihr dann als Buchung, wiederum mit der netten Dame, ähm, Elysia oder so. Also auf jeden Fall der Premium-Händlerin. Ja, jetzt gibt es noch eine weitere Neuerung, nämlich die In-Game-Währung. Es gibt einerseits gleiche Verkaufspreise von unidentifizierten und identifizierten Items. Bisher war es ja so, wer Premium hatte oder allgemein ein Item identifiziert hat, hat dann mehr Gold darauf bekommen. Zum Beispiel auf einem außergewöhnlichen Level 45er Item gab es so um die 30 bis 50 Silber und wenn man es identifiziert hat, gab es so ein Gold und 50 Silber oder auch mal zwei Gold. Ja, das automatische Einsammeln von Währung ist generell für jeden verfügbar und, äh, das finde ich jetzt auch gut, weil es war, ist wirklich nervig, wenn man kein Premium hat und läuft, muss jedes einzelne Golddings anklicken und wenn es nur 46 Kupfer sind, das ist dann richtig lästig. Ja, die Reisen in ein Gebiet für Andermann, zum Beispiel, wenn ich jetzt von Kingshill nach Heggesdorfgrotten reiten will oder in die Wildherzhöhlen, musste ich ja immer 40 Andermann bezahlen. Da kann ich nur noch sagen, ich nehme ein Gold und komme direkt dorthin. Ob jetzt die Reisen generell etwas kosten oder ob es für Premium-User immer noch kostenlos ist, das wurde nicht erwähnt. Also es kann sein, dass die Premium-User dann auch mal ihr Gold einsetzen müssen. Ja, Gold und Silber und Kupfer hatten bisher im Game wenig Einfluss, deshalb diese Änderung. Und es soll nun öfters benötigt werden. Der erste Schritt war für die Gaukler, der zweite Schritt ist für die Werkbank, das erzähle ich dann noch. Ähm, der Premium-Händler, hat man ja schon gesehen, ein Unique 1500 Gold oder das Rhinozeros 5000 Gold, also dass man wirklich Gold gezielt farmt und das dann auch wo einsetzen kann. Ja, als Bezahlung für Reisen in die Wildnisgebiete hatte ich ja auch schon gerade erwähnt. Die letzte Änderung wäre Werkbank und Dropraten. Das Herstellen eines Items an der Werkbank kostet nun Gold oder Andermand. Ich könnte mir vorstellen, vier außergewöhnliche Items zu einem legendären wird wohl Andermand kosten. Ja, da nun höhere Kosten anfallen, für das Zusammenkraften werden auch die Dropraten erhöht. Generell wurde es jetzt nur für legendäre Items genannt, aber es kann auch sein, dass die Dropraten allgemein erhöht wurden. Andermand, uraltes Wissen und Gold wird automatisch eingesammelt, erwähne ich jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal. Ist aber auch wirklich, also ich meine, wo ich das noch nicht hatte, habe ich wirklich jedes Gold einzeln eingesammelt. Das hat mich auch nicht gestört, aber wo ich das erste Mal Premium hatte, dann merkt man einfach, dass man nicht sehr unwill. Sobald Premium weg ist, dann kotzt es einen wieder übelste an, das Zeug aufzuheben. Ja, es gibt eine Dropratenerhöhung. 100% erhöhte Droprate von legendären Items bei normalen Monstern oder Minibossen. Das heißt jetzt in normalen Gebieten wie Stahlgard zum Beispiel, da könnt ihr 100% mehr legendäre Items und so finden von Monstern und Minibossen. Das heißt jetzt, 100% höhere Droprate heißt jetzt einfach nur, wenn die Droprate bei 5% liegt, habt ihr dann im Endeffekt 10%. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann gibt es in den Zwischenwelten eine 200% erhöhte Droprate von legendären Items von allen Monstern und Bossen. Wie gesagt, in einer Zwischenwelt, Zwischenwelten sind natürlich Q1 bis Q6. Ähm, ja. Das heißt zum Beispiel, wenn die Droprate bei 10% liegt, würdet ihr dann zu 30% etwas droppen. Gut, und dann gibt es noch in der Zwischenwelt von Monstern und Bossen eine 100% erhöhte Droprate von Edelsteinen. Natürlich jetzt nur mal so bildlich dargestellt, dass es ein Edelstein, das heißt jetzt nicht, dass der zu 100% besser droppt, dieser einfache Rubin, sondern dass allgemein alle Edelsteine eine höhere Droprate besitzen. Ja, und da wären wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Das wären alle wichtigen Änderungen kompakt zusammengefasst. Natürlich im vorhergehenden Video habe ich noch das Sternengold Event erwähnt, was natürlich auch nochmal wiederkommt. Und ja, ich finde die Änderung ganz gelungen. Die Frage ist natürlich immer, wie viel man denn nun an Andermand bezahlen muss, um zum Beispiel dorthin zu reisen. Natürlich wird das durch Gold ersetzt, aber bei der Werkbank muss man ja auch öfters mal Andermand einsetzen. Und wenn man dann, um ein legendäres Item zu craften, 300 Andermand braucht, dann ist das auch nicht so witzig. Finde ich jetzt persönlich. Andererseits droppen natürlich die legendären Items auch allgemein häufiger, dass man einfach sagen kann, gut, ich muss jetzt gar nicht unbedingt Sachen kombinieren. Ja, was machen natürlich jetzt die meisten Leute, bevor das große Release kommt? Und farmen, 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 um Kristalle der Wahrheit zu erhalten. Zum Beispiel ein paar Kollegen, die 45 sind, die haben dann 100.000 KDWs zusammen auf allen Chars und kriegen dann halt mal 200.000 Andermand. Und das lässt sich doch sehen. Ja, von daher würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und es hat euch einen guten Einblick gegeben und es war auch anschaulich dargestellt, wie denn nun die Änderungen im Konkreten aussehen werden. Ja, bis dahin, viel Spaß im Game.